Ja, hallo zu einem weiteren Teil von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir sind schon im elften Teil von diesem wunderbaren Let's Play und wollen gerade gucken, was uns der nächste Erinnerungsempfang bringt. Gucken wir mal. Aha, der Wächter Teil 2. Äh, oi, oi, bei der Suche nach den Gefangenen nicht entdeckt werden. Ihr wisst ja, was das heißt. Bei mir, bei mir heißt es keine volle Synchronisation. Aha. Schon wieder geht der Tod um in dieser gottverlassenen Stadt. Gibt es Neues von dem Verräter Vali? Habt ihr ihn gefunden? Er fand uns, Mentor. Zwei unserer Brüder wurden heute aus diesem Unterschlupf entführt. Nun fordert Vali, dass wir unseren Besitz den Templern übergeben. Lol. Nein, wir verhandeln nicht mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eliminieren sie. Dann sollten wir uns aufteilen und Galata absuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Küschkühle von La... Okay. Okay. Okay, ich hab keine Ahnung, was sie hier macht, aber... Was tragt er denn dazu, sich so auszuführen? Ich hab keine Ahnung, was sie hier macht. Ich hab keine Ahnung, was sie hier macht. Was muss ich eigentlich machen? Irgendwelche lustigen Kunststückchen aufführen. Ich hab keine Ahnung, sprühen Sie hier auf Ehem crear es von La... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, die Mission habe ich jetzt komplett verkackt, glaube ich Das habe ich glaube ich so richtig geil verkackt Okay Ja! Vielleicht aber seltsam gekleidet. An wen erinnert er mich nur? Hey, der kommt mir bekannt vor. Danke. Ach ja. Ich mag meine Assassin. Ja, jetzt packen wir mal den Punkt. Ach, das heißt einfach nur zu den Leuten hingehen und dann warst du sowas. Das ist ja, äh, naja, wie soll ich sagen, lächerlich. Oh, oh. Danke! Ich will nur eure Füße. Mehr will ich nicht. Ah ja. Warum ich? Warum passiert das ausgerechnet immer mir? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ja wo ist denn der Kerl? Ach Gott, sowas kotzt mich. Ich verschwinde besser. Ah, da ist es. Aber erstmal die Schatzkiste. Hat Vali euch das angetan? Mentor, vergebt mir. Ihr seid in eine Falle getappt. Er fing mich um die Assassinen vom Hauptquartier wegzulocken. Und nun ist er auf dem Weg dorthin. Aha. Oh ne. Bitte kein... Na gut, wenigstens kein Zeitwerk drin. Wenigstens kein Zeitwerk drin. Lette Vorstellung, doch was soll das? Alter. Komm rauf mit dir. Klasse. Ja, da... Ezio Spacko Auditore. EZIO Spacko Auditore. Ach, fick dich halt. Ja, komm Ezio, komm. Wir haben doch keine Zeit. Komm, hopp, auf. Auf, 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 auf. Nein. Nein, ab, ab. Ja, ein Haufen Stroh. Ja, blablabla, flache Witze. Warum biegt der Stroh? Ja, blablabla. Ja, warte mal, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Es kommt mir ja jetzt erst. Ach ne, das passt. Das passt. Wenn ihr Hilfe braucht, seid ihr hier bitte auf, auf! Ja, hallo? Was geht denn jetzt ab? Die meisten Operationen kann ich direkt hier vor Ort ausführen. Hä? Hä? Ähm, ja. Ihr seid ein pfiffiger Soldat, Ezio. Aber ihr allein reicht nicht, um die Stadt zu retten. Der hat etwas gesehen. Ich folge euch über die Dächer. Warum glaube ich, dass ich den kann? Hey, ihr! Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, das ist jetzt ein bisschen buggy. Also ich weiß ja nicht. Hä? Wat? Einst war mir unser Credo so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber als die Türken in die Walachei einmarschierten und der Assassine nichts unternahmt, wie konnte ich da noch an euch glauben? Wenn eine Philosophie einem Mann verbietet, sein Volk, sein Land und seine Familie zu schützen, wofür in aller Welt ist sie dann gut? Äh... Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Ja, arm Okay, ähm… Jajaja, bla 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 bla. Das ist aber jetzt halt irgendwie… ein Sequenzende. Ich hab keine Ahnung. Ich hab KEEINNE Ahnung. Also... Der gute Süleimann. Der gute türkische Edelmann am Anfang vielleicht. Der gute türkische Edelmann am Anfang vielleicht. Ein Theater? Ein römisches... Aha, aha, aha. Und wir sind wieder mal eingefroren. Drei Assassinsignale. Okay, aber bevor wir... Aha, Einkommen eingezahlt. Das heißt, wir haben wieder Geld. 7500. Yay. Aber... Bevor wir das irgendwie mal in Angriff nehmen. Das machen wir nicht mehr in diesem Teil. Das machen wir im nächsten Teil von... Play Assassin's Creed Revelations. Part... 12. 13. 16. 18. Bye.